Montag, 25. Januar 2021. Eine Verschärfung in unserem eingeschränkten Alltagsleben. Der Baby-Elefant ist auf zwei Meter Abstand gewachsen. Die Masken haben sich verdichtet auf FFP2, die wir jetzt brauchen, wenn wir einkaufen wollen oder im Bus wohin fahren. Und die Worte für den heutigen Montag, die letzte Woche im Januar, sind auch schwere, die wir heute bedenken sollen. Aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 30, Vers 11, wo Gott durch den Mund des Propheten zu seinem Volk zum Südreich spricht. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen. Doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Das möchte ich nicht interpretieren. Das mag jeder selber versuchen auszudeuten. Ich will dich mit Maßen züchtigen. Doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6, heißt es So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Viel Mut und Zuversicht und dass ihr gesund und bewahrt bleibt. Alles Gute.